Boah, da ist das Mikrofon noch an. Ringman-Wertdigo, Alter. Was stimmt denn hier nicht, bitte? Oh, Aimbot. Bunnyhop. Ist wieder ein sehr kurzes Overwatch, oder? Ist wieder... Alter, warum hackt man denn so rein? Nein, ich begrenze mich heute nicht, aber die neue Weltdigo, wie sie erweitert wurde, ist schön. Wallhack. Auch jetzt. Uuuuuh, geohnt. Ja, reicht. Reicht mir schon. Jetzt reicht schon alles. Das brauche ich nach einem Warm-Up nicht mal mehr. Herrlich, ey. So, sein Maid macht Suizide. Er hat einfach Movement wie ein Bug-Fisch, ey. Bunnyhop-Skript. So. Fertig. Erstes Overwatch ist fertig. Ist das geil, ey. Oh, gibt's wieder Erfahrung. Dit, dit, dit und nö. Mirage, My Rage. Auch gerne genannt. Ist eine sehr anstrengende Karte. Und mein Handy hier nochmal aufladen. Ja. Ähm, ich hasse mich raarisch. Es ist schon eine wunderschöne Fenster zu machen. Und hier auch weiter klicken, weil da jemand wieder Demo-Crash-Amap benutzen wollte. Und hier, wir sind zu Null. Respekt. Das Helm-Man hat sich schon selber getötet. Der Rest bewegt sich nicht. Und er macht... Ritt, 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 der Gegner tot. Oder halt auch nicht. Ist ja die Gegner einfach nur scheiße. Habe ich jetzt irgendwie bei... 14-0 und 9-0 nicht gewonnen. Sondern, dass er einfach richtig hart reinjulot. Oh, jetzt hat er den Step gehört. Alter Schwede, der ist kacke. Oder er hat vorher reingehackt. Oder er hat ihn gekauft. Gernade, alt. Spek. Flashback. Flowing a flashback. Flowing a decoy. Flaying down smoke. Wir haben geholen. Das ist nicht so einfach. Na das Skopen gehört, vielleicht weiß er jetzt auch, ne, wenn er schon so guckt, er guckt schon so durch die Wand, er weiß es jetzt, jetzt weiß er es. Zwischendurch ausgemacht und jetzt wieder angemacht. Ist der Himmel immer so dunkel? Ne, oder? Er ist richtig kacke, er ist richtig kacke. Oh Gott, sag jetzt bitte nicht her, also Wallhack hat er, sonst würde er dir das movement nicht. Ne, der Himmel ist grad echt schön fröhrend. Ja, ist A, ich würde da gar nicht mehr, ich würde die ganze Zeit kurz laufen, denn. Alter, stimmt denn mit ihm nicht? Also, Also, komm. Also, Wallhack hat er. Jetzt wird er das nicht, er wird sonst nicht so spielen, wie er spielt. Niemand aipt er da nochmal einen halben Tag hin, oder? Ja, genau. Ja, mein Süßer. Boah, das ist bei mir theoretisch. Schon gesehen. Oh, Trigger, der ist näher. Wurde geslampt. Ne, wurde dann gekillt. Okay. Also, ein Maid aus Palace kommt auch mal raus. Jetzt, jetzt ist er mad bestimmt, jetzt hat er wieder angemacht. Vielleicht. Weiß es nicht. I don't know. Ho, 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 ho. Ho! Wo ist die Ho, Alter? Mach ich auch immer. Und irgendwas abzuäben, da durch zu rennen. Jetzt hat er wieder an. Ich kann ja mal das, was da läuft, fortspulen. Ich kann ja mal das, was da läuft, fortspulen. Weg, ne? Oh, das kann natürlich auch Lachs sein, aber. Äh. Ach komm, du siehst ihn da. Spacken. Ja, genau. Mach ich auch immer. Du bist auch ein ranziger Ruhr, Alter. Was macht der denn da? Er ist einfach richtig... Da war ein Gegner. Jetzt lässt er wieder seinen Bruder spielen, ey. Der nicht weiß, wie man mit dem Aimbot spielt. Da war ein Gegner. Ja. Jetzt kann ich das. Du bist doch nicht. Du bist doch nicht. Ja. Ja, ne? Hör nicht nur. Oh. Ja, jetzt kann ich das. Komm! Komm! Ja warum guckt man denn wohl so in der Ecke Richtung T-Spawner? Raffe ich nicht. Ich raffe es wirklich gerade nicht. Ja der aimt es nicht mal. Das ist kein Aimword. Das ist nur Wallhack. Vielleicht hat er inzwischen nicht angehabt oder so aber das war einfach nicht offensichtlich genug. Weil mit der Waffe sprayt man halt so halb gefühlt rein. Aber so wie er durch die Wand guckt hat war das Wallhack. Definitiv. Andere würden sagen nein der ist einfach nur dumm. Ne? Der war dumm aber hat geimportet. Guck mal können wir direkt so lassen. Die Aufnahme und dann gehts hier los ey. Was haben wir für komische Leute? Ja. Ja. Ich hab schon kleine Drachenzähmen leicht gemacht. 99. Ja. So rein damit hier. Rein. Los. 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 Oder? Ich weiß nicht. Das 2 ist immer schön. Ganz ehrlich wer Durst hat muss was trinken. Sehr aussieht. Sehr flieg. Sehr flieg. Sehr flieg. Ich hab die Entfernung richtig gut. Ohne das man zu arbeiten. Okay. Game Sense. Hm. Kommt einer mit. Hab ich den Schatten. 5 Meter bei dir. Ja. Da triggert. 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 Oh. Oh. Hat er. Hat er aber auch den Kopf. Oh. Ich hab gestorben. Nicht dass er gleich anfängt zu spinnen. Na zum Schluss zieht er ihn durch Wand ne. Oh. Ist das ein Bunnyhop Strip. Ein ganz beschissenes. Na komm. Geht kurz durch. Ich glaube geht meine Lampe hier eigentlich noch mehr aus. Doch meine Schreibtisch. Dass die beiden jetzt gleichzeitig angehen. Und nicht mehr unterschiedlich. Dass ich. Beides. Elektrisch berechnet über eine verliebt. Weil das so für die guten Stroh gar nicht zieht. Die Leistung von LED ist ja einfach so gering. Alter. Er ist. Ich würd sagen er hackt nicht. Er ist einer der guten. Er ist einer der guten. Oh sie ist so hässlich ne. Schöne Runde Husten. Wusstest du nicht wo du hingucken sollst. Oh. Das tut mir aber leid. Spacken. Ich hasse Runde Leute. Ich muss mal kurz ne. Die Nase aus. Ich versuchze. Abschluss, smoke. Deploying Flash bank. Flash bank. Alter, was stimmt mit ihm nicht? Stell da einen Aim-Bot doch so ein, dass du durchwennst. Oh, da kannst du doch rausgehen, deine Mates liegen, ja genau. Da, da. Ne? Ne, ne? Ja, oh, der war schlecht. Oh, ja, da hat er getriggert, aber. Nein, eben nicht, ah. Bad Aim-Bot. Das ist ganz schlecht, ey. Oha, Willi will's wissen. Komm. Ach, Heidi. Also, bei seinem Bunnyhop-Skript bin ich mir noch nicht schlüssig. Ich finde es interessant, dass sein Team erst eine Runde gewonnen hat. Alter, er schafft es nicht mal, denn die Glock rauszuziehen und anfangen zu schießen. Ne, er macht einfach gar nichts. Er ist der schlechteste Hacker der Nation. Er ist richtig scheiße. Er hat einen fucking Aim-Bot, Alter, mit dem er im Laufenden Headshots zieht. Oh, ich bin so auf die Fresse. Alter. Jetzt wollte er es wissen, oder? Hat er die Skill-Group-Hack-Funktion von Mid auf High gestellt, oder? Und ich dachte, ja, jetzt trigger ich euch kaputt, ey. Jetzt trigger ich euch kaputt. Na, krass. Alter, er hat die richtig... Er hat die Moves. Er guckt einfach mal auf den Boden, ey. Mit im Zoom. Um das zu... Am besten im Doppel-Zoom. Ja, du weißt doch, dass er kurz ist. Er weiß, wo die Gegner sind, aber er weiß es auch nicht. Also, das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil er dafür hat er zu wenig gebunnyhoppt. Dass ich beurteilen könnte, ob er wirklich die ganze Zeit... Achso. ...Geschwindigkeit gewonnen hat durch Script. Bam, Alter. Er ist richtig scheiße. Bis zum nächsten Mal.